Hi und herzlich willkommen zurück bei Soviet Republic Workers and Resources. Wir haben hier jetzt unsere Stadt etwas weiterlaufen lassen. Ich habe das zwischendurch und die Zeit etwas hoch gedreht, sodass hier die meisten Freude jetzt in ihren Endstufen sind. Wir brauchen vor allem Arbeiter, um sie fertig zu bauen. Die Busse fahren hier entsprechend rüber. Und ein paar Kleinigkeiten sind auch schon fertig. Ich habe hier allerdings die Arbeit erstmal rausgenommen, sodass die eher bauen. Aber das Zementwerk zum Beispiel ist schon fertig und kriegt von hier auch Kohle. Auch wenn wir nicht allzu viel Kohle hier gerade drin haben. Hier auf 175. Ah ja, weil hier irgendein Problem auftritt. Warum tritt hier ein Problem auf? Ah, ich verstehe. Moment. Jetzt kann der weiterfahren. Hier noch eins hin. Okay, der kommt jetzt da nicht rum, weil der... fährt ja hinterher hier, ist nicht gut. Dann nehme ich dieses Signal hier raus. Und der dann weiterfahren. Nee, weil das hier draufsteht. Verdammt. Den kriege ich aber gedreht und hier erstmal ins Entladen reingefahren. Okay. Dann könnte das hier funktionieren. Aber ich brauche hier noch eine Spur, sehe ich gerade. Eine zum Vorbeifahren. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Weil es hier jetzt drei Züge sind. Ich müsste ja hier dran vorbeikriegen dann theoretisch. Okay, so funktioniert es zwar erstmal und die können hier weitermachen. Tja, hier staut sich es jetzt. Immer noch nicht gut. Okay. Und jetzt kriege ich die gar nicht mehr hier raus, ne? Doch ich könnte den noch zurückfahren lassen. Gucken wir mal. Der hält ja noch. Jetzt fährt der da rein. Das ist natürlich noch schlechter. Der kann da unten nicht langfahren. Hm. Ich versuche das hier erstmal überhaupt zu lösen, dass ich die Züge rauskriege. Der fährt hier auch jetzt nicht nach unten. Hm. Hm. Gucken wir mal, ob wir ein Stück noch da rein kriegen. Hier versuche ich jetzt mal den hinzusetzen. So, dass der hier unten dann warten würde. Den wir erstmal auch wieder zurückkriegen. Und da weiß ich gar nicht wie. Ah, den könnte ich hier, genau. Den kriege ich jetzt zum Entladen. Das ist hier schon wieder wie so ein kleines Puzzle. Und dann kann er hier hoffentlich unten langfahren. Nee, kann er nicht, weil er da nicht rüberkommt. Und hier kann er natürlich auch nirgends wo gerade hin. Nee. Gucken wir mal, wie weit er kommt, wenn ich ihn zum B-Laden schicke. Dann ein ganz großes Problem. Er hat immer nur bis da, ne? Ja. 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 Da kommt er jetzt nicht weiter. Und der andere kommt hier nicht rüber. Gehe ich nie mal kurz das raus, vielleicht. Schafft er das dann, da langzufahren? Jetzt müssen wir es hier zumindest entsperren. Komm schon. Ja, okay. Jetzt sieht es hier zwar ein bisschen puddel-muddel aus, aber wir haben es erstmal hingekriegt. Der kann jetzt hier zum Entladen fahren. Okay. Dann setze ich hier quasi hier alle hin. Genau. Und hier würde er jetzt unten warten. Wunderbar. Genau. Wenn hier jetzt zwei drin sind, sollte der nach unten wegkommen. Und bei dem anderen sollte das klappen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Erstmal haben wir den Stau hier aufgelöst, weil uns auch schon wieder die Kohle gefehlt hat. Logischerweise. Und hier unten sollte ja jetzt Kohle sein, ne? Genau. Wir fahren die Leute jetzt hin und... äh, also die Züge hin und holen hier unten in dem Teil Kohle. Musst du dich dann nicht eigentlich hier auch Prisignale setzen? Wartet mal. Das wäre doch auch eine Idee, oder? Wartet. Und wenn ich hier so ein Prisignal setze, fährt er nur bis nahe. In der sind nämlich zwei Züge hier drinnen stehen. Das macht das keine Sinn. Wartet der doch dort. Muss der eigentlich auch funktionieren. Okay. Nehmen wir es mal so. Wo habe ich alles noch, so eine Teile? Dann würde ich das da vielleicht noch umbauen. Aber wo fahren auch mehrere Züge derzeit? Da unten habe ich es schon umgebaut. Ja, ich glaube, das ist erstmal okay. Jetzt haben wir hier einen neuen Fahrzeugtyp. Okay. Sehen wir ja dann alles im Depot. Hier gehen die Leute hin und essen. Das ist gut. Drüben haben wir jetzt schon ein Bitumenwerk. Das heißt, wir können das schon mal... Dabei können wir das schon, weil hier von oben kommt ja... Okay. Du sollst Kies speichern, ne? Kies. Da. Drüben haben wir das Kieswerk. Okay. Müssen wir jetzt hier umbauen. Und den Vehikeln sagen, dass sie von der Kiesgrube hier hin fahren. Und entladen. Kann ich den dann übernehmen lassen? Könnte sein, ne? Habt ihr es? Ja. So kann ich auf den nicht draufklicken, ne? Könnte aber vielleicht gucken... Ach, ich mache es doch so, dass ich es manuell mache. Das sind ja nur vier Stück. Ah. Zack. Entladen. Dann bringt er den Druckstein schon mal hier zur Kiesgrube. Dann hätten wir da oben Kies. Dann hätten wir da unten Beton. Also ich muss dem hier noch sagen, Ziegel, Steine kriegt er da aus dem offenen Lager, etc. Auch Betonwerk ist dann allerdings hier. Und das Asphaltwerk dort. Dann müssen die ganzen Teile hier umziehen. Ah. Ach ja. Und den müssen wir dann auch entsprechend noch einrichten. Sodass der bei den richtigen Sachen das Zeug holt. Genau. Und das können wir ja hier rüber machen. Moment. Was ist der hier, ne? Genau. Arbeiter holt er von dort. Ease holt er von dort. Asphalt von der Asphaltanlage. Ton von der Betonanlage. Die anderen Sachen trotzdem von hier drüben. Mechanische Komponenten dann aus diesem Warenhaus. Ja. Da muss man dem natürlich auch noch sagen, dass der das einkaufen soll. Hier haben wir einmal die elektronischen Komponenten. Okay. Zack. Hier nehmen wir das einkaufen dann raus. Achso. Jetzt geht es doch nicht. Wartet. Jetzt ist raus. Und hier steht noch ein Kran drinne anscheinend. Die beiden Fahrzeuge müssen wir noch rüber schicken. Genau. Und dann fliegen die Teile ja gleich hier oben alle raus. Und dann noch das Thema, dass wir hier sehr viele Fruchtsteine und Kies haben. Das heißt, ich habe mir jetzt hier Fahrzeuge. Das sind offene Straßenfahrzeuge. Habe ich nicht noch einen Kipper oder so? Ich nicht. Was ich gerne noch hätte, wäre dann ein zweites Depot. Wenn wir mal, äh, wo ist, wo sind die Depots? Jetzt schon wieder hin. Und da Straße sind die auf jeden Fall, ne? Depot für Straßenfahrzeuge. Da haben wir noch bestimmt hier was angeschlossen. So. Gut, was ich noch vorhaben wollte gerade, war ein Kipper. Und zwar nehmen wir da hier ein Kipper. Zack. Und der Kipper soll von hier, Is, nach dort fahren erst mal. So, dass wir hier das Ganze ein bisschen anreichern. Und hier mehr Kies reinkriegen, sodass hier die Berge dann anfangen zu laufen. Ich gucke hier mal die Mitarbeiterzahl ein bisschen runter. Okay. Dann können wir nämlich eigentlich das Teil hier abreißen. Hier haben wir mechanische Komponenten und die anderen. Transportiert wird das mit sowas. Das sage ich nämlich auch von... Oh, den Rest noch löschen. Zack. Von dort vom Warenhaus zu dort zum Warenhaus. Dann können wir die Warenhäuser nämlich auch abreißen. Hier oben sollten jetzt keine Sachen mehr reinkommen. Wenn der Bruchstein also leer ist, können wir das Ganze umfüllen. Das Du hier vom Konstruktionsbüro. Okay. Das ist in Ordnung. Das Feuerwehrauto ist schön. Genau. Dann kommen die jetzt nämlich alle gleich hier hin. Lagen dort ein. Hier drüben haben wir noch Instruktionen. Wieder hier auf Auto. Jetzt nehmen wir mal höher. Jetzt steht höher. Okay. Na wunderbar. Dann passt es doch hier. Achso. Und ich muss natürlich den Beton-Fahrzeugen noch sagen, dass sie das Beton hier drüben anbringt. Genau. Hier hin. Entladen wäre natürlich gut. Geh mal rein. Hier steht auf B-Laden. Ja, genau. Den haben wir hier noch im Fehler drin. Wer hat. So. Okay, dann bringt er das da nach drüben. Da drüben haben wir jetzt allerdings noch viel Asphalt drin. Hier schalte ich mal das Einkaufen aus. Auch hier haben wir noch ziemlich viel Beton. Und hier haben wir ziemlich viel Beton. Also wir könnten schon gucken, dass wir hier vielleicht den Asphalt dass der noch das hier nutzt. Der von mir aus auch noch das Betonwerk, jedenfalls vorerst, dass die Sachen leer sind. Hier oben ist jetzt nur noch ganz wenig Bruchstein drin. Es fehlt Bruchstein. Okay. Können wir den hier ausschalten. Der Kies kann dann da runterlaufen. Okay. Passt. Andere Werke funktionieren hier. Hier gehen auch Leute hin. Raum hier. Raum fortsetzen. Das ist schon richtig. Weil hier ruhig weiterbauen. Da oben läuft dann der Kies rein. Aber wir haben noch keinen Kies. Weil hier derzeit keiner hinliefert. Da schicken wir mal 10 Arbeiter rein. Hier oben haben wir so einen Block, wo die Leute herkommen können. Dann haben wir die Industrie hier auf die Seite gelegt. Und haben hier dann oben unseren großen Industriestandort mit den Lagern. Sieht doch ganz gut aus. Es gibt hier auch Kohle, die hier hingepackt wird. Sehr gut. Und hier leider keine Schienen mehr vorbeiziehen. Ich hätte überlegt, ob ich hier irgendwie... ...wird nicht reichen, wenn ich hier rausgehe. Da passt kein Zug dazwischen. Um hier noch einen vorbeifahren zu lassen, müssen wir mal ein bisschen beobachten, was das hier nicht zu Problemen führt. Zum Beispiel das Signal kann ich auch mal rausnehmen. Zu nah dran. Jetzt hat der Zug deswegen gerade abgebremst. Was bringst du denn hier überhaupt? Ah ja, das ist der Elsenzug. Ich würde jetzt also hier hinfahren, zu dem Stahlwerk. Da gibt es ja auch schon ziemlich viel Eisen wieder drin. Und nimmt das dann mit. Wo bist du? Da. Okay. Prüft dann hier drüben, ob er es da wegbringen kann. Und fährt dann weiter und verkauft die Überschüsse. Hier ist jetzt alles voll wieder. Ich gucke mal, dass ich hier vielleicht auch bei dem Konstruktionszimmer vorerst bei Beton und bei Asphalt noch die Sachen angebe, damit die hier leer werden. Bei so viel ist der Kies auch nicht wert, ne? Okay, wir machen das ordentlich, damit wir da auch irgendwann zur Trotte kommen. Gehen wir bei Beton. Hebe ich den an hier, das ist schon okay. Und bei Asphalt den hier, das ist so. Da oben haben wir das Rohstofflager für Kies. Ein bisschen Brotstein läuft der jetzt hier rein. Ich habe hier oben in der letzten Aufnahme doch noch eine Straße drunter gekriegt. Ich müsste hier ganz schön was umbauen, auch die Gleise ein kleines Stück verrutschen. Aber jetzt kann man hier nach oben fahren und kommt hier rüber entsprechend zu den Kiesanlagen da oben. Ich werde irgendwann vielleicht hier noch Kiesanlagen eher hinbauen. nochmal gucken. Aber ich denke, das kriegen wir auf die Reihe. Kurz, hier sind jetzt drei Kies-Hahrzeuge drin. Ich schaue hier oben mal nach. Hier sind es lustigerweise vier. Dann nur drei, was ja nicht sein kann. Oder es kann ja nicht sein, dass irgendwo anders noch Bruchstein hingewacht wird. Also ich habe hier noch einen übrig, der zur falschen Verarbeitungsanlage fährt. Das sieht so aus, deswegen sollte ich hier vielleicht auch wieder ein paar Arbeiter reingeben, dass die den letzten Brotstein noch wegpacken. Ich schnappe mir hier noch einen Kipper. Und lasse auch den noch. Und hier Kies. Noch nicht richtig. Moment. Dort Kies. Es ist ganz schön dunkel jetzt hier nach Dortbring. Von wo nach wo der andere fährt, hier sind wir eigentlich zwei. Ja. Ganz grüge. Was ist denn ein anderer Kipper denn hier? Wir gucken mal, das sollte schon funktionieren. Hier sind jetzt keine mehr drin. Brotstein ist durch. Kies muss nach hier unten gebracht werden. Okay. Hier kaufe ich jetzt vorerst noch ein bisschen Zement ein. Einfach hier Ahton verkaufen. Funktioniert das Ganze nämlich wieder. Genau, hier haben wir ja ein Zementwerk. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie transportieren wir denn Zement? Was brauchen wir da? Einen Kipper auch vielleicht? Könnte sein. Nee. Brauche ich dafür einen Zementtank. Einen Zementtank. Macht Sinn. Und du sollst von der Zementfabrik. Wie hast du denn am Ende hin? Hier zum Betonwerk. Warten bis beladen. Da haben wir ja genügend Plätze hier in der Betonfabrik. Der Rest kommt ja automatisch rein. Dann haben wir hier den ersten Zement-LKW, der durch die Gegend fährt. Mich nervt ein bisschen, dass er sehr langsam ist. Nicht so schön. Das kann ich noch nicht hier rüberbringen, weil hier wird ja noch gebaut. Aber genau, die Fahrzeuge holen hier unten die Baustoffe. Alles gut, das hat ja auf der Gegenseite auch noch einen Straßenanschluss. Leider nein. Okay. Guck mal, haben wir jetzt hier wieder ein paar Leute ohne Job. Liegt dann daran, dass wir hier derzeit keine Bauaktivitäten haben. Ich will mal kurz schauen. Hier, Busplattform, fährt der nämlich zu der Busplattform, ne? Und den anderen würde ich gerne an der anderen Busplattform setzen. Glaube ich auch so. Ja, okay. Jetzt hier aus. Hier sind noch ein paar Komponenten drin. Hoffen nichts mehr ein, ne? Ne. Sodass er die jetzt hier nach drüben bringen kann. Wunderbar. Und hier haben wir jetzt über den Einkäufen Sachen drin. Perfekt. Oben werden Ziegel hingeliefert. Okay. Immer noch ein bisschen Brotstein, würde ich sagen. Oder es verarbeitet zu schnell. Ich nehme das mal hier ein bisschen runter. Drüben kann ich es jetzt eigentlich rausnehmen. Hier sollte keiner mehr irgendwas hinliefern. Und am Ende des Tages ziehe ich nämlich diesen ganzen Bereich hier weg. Ein bisschen allein die Straße von hier oben brauche ich noch, weil wir natürlich immer noch Holz benötigen, um hier unten Bretter zu erzeugen. Alles, was wir dann hier noch einkaufen derzeit, sind die Platten. Aber der Rest wollte hier dann laufen. Wie schaut es denn hier mit den Besucheranzahlen aus? 70. Okay. Essen ist auch drin. Mehr schlecht als recht. Hier noch Exportvehikel. Hier ist noch einer, der zum Zollhaus fährt. Auf die Richtlinie habe ich draufgeklickt. Wir haben ja hier eigentlich auch Essen. Vielleicht sollte ich noch so einen abgedeckten Wagen nehmen und den zu dem zweiten Shoppingcenter einzeln fahren lassen. Vielleicht sinnvoller. Damit beide ordentlich Essen haben. Wir gucken mal, was wir importieren. Ah, hier schon ein bisschen Essen. Pflanzen auch. Aber wir hier jetzt gesagt haben, dass wir es importieren, ne? Ja, okay. Ich will den Alkohol. Ich hoffe, sieht voll aus. Gut, und hier unten Kleidung. Jetzt ist es mal ein Stück höher. Die Leute sollten ja eigentlich hier zum Busbahnhof kommen. Das Depot hier ist noch nicht fertig. Also unser... Ja doch, das Depot ist richtig. Aber die restlichen Sachen sind jetzt hier fertig. Dann müsste ja hier eigentlich auch dann langsam mal ein Bauvitum angeliefert werden. Wird es sehr schön machen. Kann ich wohl die Leute denn hier zurückfahren? Könnt ihr eigentlich hier unten auch noch eine Verbindung bauen? Oh, das doch vielleicht mal. Ah, da könnten die theoretisch nämlich hier runterfahren und da durch. Ansonsten geht die Straße nämlich nur da nach oben. Fällt mir eigentlich auch nicht richtig. Seht mal, hier kriege ich sogar auch noch einen durch. Ich mache mal das dann einfach. Ich mache hier noch ein paar Verbindungen, Straßenverbindungen, so dass sie nicht alle auf die gleichen Straßen angewiesen sind und auch hier ein paar kürzere Wege fahren können. Super. Naja, okay, die wird hier gebaut. Importieren wir alles. Perfekt. Zukünftig müssen wir dann ein bisschen mehr uns auf die Sachen verlassen, die wir hier selber produzieren. Das wollen wir. Ist ja nicht so, dass wir derzeit überhaupt kein Geld verdienen. Von der Geld rein. Und da oben geht auch Kies rein. Hier auch. Jetzt können wir natürlich Schaumzement im Betonwerk. Da haben wir jetzt natürlich hier auch jede Menge. Das heißt aber, dass wir das nur derzeit dafür brauchen, könnte man natürlich überlegen, ob ich das hier gleich ein bisschen runtersetze. Hier noch der überschüssige Element her. Oder der überschüssige andere Zeug. Keine Ahnung. Wir kriegen das ja schon alles jetzt hier von A nach B. Okay, ich verstehe uns auch nicht, warum der hier dem Konstruktionsbüro da nicht mitmachen will. Bei diesem Teil hier. Hier bei dem sind nämlich beide dabei. Hier oben ist jetzt das Depot gleich fertig. Hören wir das noch mit in dieser Folge. Schauen wir doch mal. Hier steht nämlich unser kleiner Kran. Baut das Ganze. Und hier kommt später noch etwas Stadt rein. Wir können ja mal gucken, was wir da für Gebäude möglich haben. Der große Teile passt hier an. Würde ich hier sogar dazwischen passen, einst so, bin ich hier an der Stelle eigentlich ganz schick. Geht dahinter so ein Gehweg lang hinter dem Gebäude, der dann da so rumführt. Ah, hier Gehweg. Na gut, den habe ich jetzt bezahlt. Ist okay. Da geht jetzt Kies hin. Und die Arbeitskräfte sollten sich die Baubürbos dann gleich schnappen. Und von hier oben schicke ich mal die beiden Fahrzeuge da nach unten. Und jeweils auch einen von den Baggern. Und dieses Zweite in diesen Planierraupen. Damit die ein bisschen besser verteilt sind hier. Somit haben wir dann nämlich am Ende des Tages einen größeren Radius, um hier Sachen zu begradigen. Auch wenn es nicht viel ist, ist ja nur quasi der Unterschied zwischen dieser Entfernung von den beiden Depots. Ja, und damit würde ich sagen, bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Wir gehen hier jetzt in den Bau dieses östlichen Stadtbereiches rein mit der Universität. Hier unten haben wir noch ein Wohnheim für die Uni. Gucken wir mal, was wir hier alles noch bauen können. Hier gibt es einen Plattenbau, der noch gesetzt wird. Also jede Menge zu tun. Aber unsere neuen Industrien für Asphalt und Beton sowie dann auch als Zwischenprodukt Zement laufen wir an. Ich bin damit sehr glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!